Mal schauen, ob heute überhaupt jemand kommt. Ja, ihr seid da. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch und winke zurück. Es ist Freitagabend und ich hätte es echt schon verstanden, wenn keiner heute zuguckt, weil Freitags gehen die meisten von euch vielleicht auch auf den Switsch, vielleicht aber auch erst morgen. Ich bin heute nicht zu Hause bei mir. Ja, schönen guten Abend. Grüßt euch. Ich bin auch heute nicht zu Hause, wo ich immer gemütlich auf meinem Sofa sitze, sondern ich bin tatsächlich bei Freunden, habe mir aber eine Tasse Tee eingeschenkt und die Freunde essen gerade im Hintergrund in einem anderen Zimmer. Aber ich bin heute bei euch. Es ist 21 Uhr auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Wer gestern schon zugeschaut hat, der weiß, heute geht es um Konten. Also, welche Konten brauche ich, damit tatsächlich mein Geldmanagement funktioniert. Ich bin mir fast sicher, die meisten Konten, über die ich ansprechen werde, ich sende euch auch ein Herzchen. Die habt ihr. Vielleicht wisst ihr das eine oder andere Technische nicht über dieses Konto. Deshalb wollte ich euch das ein bisschen erzählen. Aber ich finde auch so diese Struktur, welche Konten sinnvoll sind und welche ihr vielleicht noch ins Auge fassen könntet, solltet, ist gut, wenn ihr das nochmal wisst. Okay, also, das Hauptkonto, was ihr natürlich alle habt, ist ein Girokonto, ganz klar. Das Girokonto, da gehen unsere Gehälter drauf, da können wir alles bezahlen. Ich grüße euch. Da bezahlen wir alles drüber. Da laufen die Seepalast-Schriften drüber. Da können wir Daueraufträge raushauen. Da können wir Bargeld abheben über das Girokonto. Wir können unsere Debit-Card benutzen oder die Cash-Card. Das ist quasi so unser Umschlagplatz für unser Geld und was wir tatsächlich auch brauchen oder überhaupt haben müssen, sonst könnten wir gar keinen Job quasi annehmen. Hallo. Na, jeder Arbeitgeber möchte ein Girokonto von uns haben. Das ist das eine. Beim Girokonto, wie gesagt, habt ihr immer Zugriff drauf, wo ihr auch seid. Das ist das eine. Das ist die Hauptmakelzentrale. So, was aber macht ihr, wenn ihr Rücklagen bilden wollt oder wenn ihr euch vorbereiten wollt, um zu investieren, dann braucht ihr ein anderes Konto, weil ihr könnt nicht alles von eurem Girokonto machen. Deshalb habt bitte ein Tagesgeldkonto. Könnt ihr euch bestimmt auch schon denken, aber kein Festgeldkonto. Ein Tagesgeldkonto wird quasi immer drunter sortiert unter das Girokonto. Alle Banken haben Tagesgeldkonto. Die heißen mal Extrakonto, mal Cashkonto, mal whatever, Zusatzkonto, manchmal auch Sparkonto. Aber es ist kein Sparbuch. Das Sparbuch könnt ihr eigentlich streichen. Streicht das Sparbuch, löst es auf, packt es lieber auf ein Tagesgeldkonto drauf. Das Positive am Tagesgeldkonto ist, dass ihr nicht immer darauf zugreifen könnt, aber immer dann, wenn ihr es braucht. Also was meine ich damit? Auf Tagesgeldkonto könnt ihr nicht über eine Debitcard zugreifen. Also ihr könnt vom Tagesgeldkonto nicht über zum Beispiel Bankautomaten euch Bargeld abheben. Das geht beim Tagesgeldkonto nicht. Meistens kann man auch vom Tagesgeldkonto nicht direkt irgendwo anders hin was überweisen. Also ihr könnt vom Tagesgeldkonto nicht eure Miete zum Beispiel überweisen. Das geht immer nur vom Girokonto. Wenn, dann müsst ihr vom Tagesgeldkonto auf das Girokonto überweisen. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Denn dieses Tagesgeldkonto schützt euch davor, dass ihr immer Zugriff, also jederzeit Zugriff auf dieses Konto habt. Wenn ihr unterwegs seid zum Beispiel. Dieses Tagesgeldkonto könnt ihr nur zugreifen, wenn ihr auf das Konto geht und überweist auf euer Girokonto und dann könnt ihr zugreifen. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt auf das Tagesgeldkonto euch Zahlungen überweisen lassen. Von jedem. Das geht. Aber ihr könnt nicht einfach andere über das Tagesgeldkonto bezahlen. Das ist sozusagen ein Schutz für euch. Früher gab es auf das Tagesgeldkonto mal gute Zinsen. Heute, also braucht man nicht drüber zu reden, 0,001 Prozent, glaube ich, ist es bei meiner Bank zur Zeit auf dem Tagesgeld. Vergesst es. Tagesgeldkonto könnt ihr wunderbar eure Rücklagen bilden. Als Sicherheitspuffer zum Beispiel. Genau. Als Sicherheitspuffer für die Unbild des Lebens. Wenn irgendwann was passiert und ihr sofort Geld braucht, dann liegt das bitte auf dem Tagesgeldkonto. Zwischen drei und sechs Netto-Monatsgehältern ist so ein Richtwert. Sagen wir es mal so. Das ist das eine. Dann habt ihr vielleicht auch noch ein zweites Tagesgeldkonto, was dann als Referenzkonto für euer Depot funktioniert oder fungiert. Das ist von Bank zu Bank verschieden. Aber das ist es dann im Grunde, was ihr braucht. Girokonto, Tagesgeldkonto und dann noch ein Depot, was am Tagesgeld, manchmal auch am Girokonto dranhängt. Und das ist die Struktur. Ihr könnt natürlich jetzt auch hingehen und sagen, okay, geht viel zu schnell und auch von unterwegs. Nur der Übertrag von Tagesgeldkonto auf das Girokonto geht viel zu schnell und auch von unterwegs. Ja, die Banken haben da ganz schön den Turbo eingeschaltet. Das stimmt. Von unterwegs. Ja, du machst dann wahrscheinlich Mobile Banking vom Smartphone aus. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich mache meine Bankgeschäfte immer vom PC aus. Mir ist das mit Mobile Banking zu... Also wenn ich dann irgendwo in einem Café sitzen würde, würde ich niemals Banking machen, weil dann ist es ein offenes Netz und dann... Ja, genau, leider. Dann ist es ein offenes Netz und dann solltet ihr das nicht machen. Dann kann man sich tatsächlich, wenn man ein bisschen clever ist, in die Verbindung einhacken. Deshalb macht es, wenn dann von zu Hause und doch lieber am PC. Ja, und das ist in der Tat vom Tagesgeldkonto, kann man heute sehr schnell auf Girokonto überweisen. Was aber auch hier positiv ist, wenn wirklich mal wir es dringend brauchen, dann steht es uns einfach zur Verfügung. Okay, also dann gibt es noch das Festgeldkonto. Das kennt ihr vielleicht auch noch. Wird heute eigentlich nicht mehr so viel genutzt. Beim Festgeldkonto legt ihr tatsächlich euer Geld für drei Monate fest, für ein halbes Jahr fest, manchmal auch für zehn Jahre fest, zu einem zurzeit wirklich minimalsten Zins. Kann man sich mal angucken, würde ich nicht generell empfehlen, weil beim Festgeld habt ihr eine dreimonatige Kündigungsfrist. Das heißt, wenn ihr dort, was weiß ich, 10.000 Euro parkt, um es vielleicht irgendwann mal anzulegen und ihr müsst dann doch schnell ran an dieses Geld, dann habt ihr eine dreimonatige Kündigungsfrist. Das heißt, ihr kommt nicht schnell ran an dieses Geld. Und wenn doch, dann zahlt ihr einen bestimmten Betrag an Strafgebühren. Und deshalb machen Festgeldkonten, meiner Meinung nach, heutzutage nicht mehr viel Sinn. Ich wollte euch noch was zum Tagesgeldkonto sagen. Ihr könnt natürlich auch mehrere Tagesgeldkonten haben. Zum Beispiel, wenn ihr freiberuflich seid, noch ein Steuerkonto, wo ihr extra für die Steuer Geld anspart, regelmäßig. Das ist auch etwas, was ich freiberuflich empfehle. Oder ihr habt zusätzlich noch ein Urlaubskonto oder ein Luxuskonto oder was auch immer. Oder ein Konto für die Kinder, ein Tagesgeldkonto darunter, wo ihr auch regelmäßig Geld hinspart, was aber eben wegkommt vom Girokonto. Ich würde euch auch empfehlen, auf dem Girokonto nicht mehr als 500 Euro oder vielleicht maximal 1.000 Euro, das kommt darauf an, wie groß eure Familie ist, etwa 500 Euro drauf liegen zu haben, immer und alles, was darüber ist, immer wegschieben auf die Tagesgeldkonten und dann vom Tagesgeldkonto investieren über euer Depot. Und euer Depot ist im Grunde quasi, liegt auch bei der Bank. Das ist nicht so ein Schrank, wo ihr eure Anleihen, eure Aktien, eure ETFs reinschieben könnt. Diesen Schrank mietet ihr bei der Bank und der Inhalt gehört immer euch. Das ist ein großer, großer Unterschied zu dem Cash-Content, Tagesgeld und Bargeld. Das, was im Depot liegt, gehört immer euch. Das geht niemals in die Insolvenzmasse einer Bank ein. Ihr wisst ja, Banken können auch pleite gehen, das solltet ihr zumindest wissen. Deshalb sind da auch Vorkehrungen zu treffen. Aber Depot gehört immer euch. Okay, also diese Struktur. Girokonto, Tagesgeld, ein, zwei Tagesgeldkonten und dann das Depot. Was macht ihr nun, wenn ihr ein Paar seid und ihr möchtet eure Girokonten behalten, aber auch gerne ein Gemeinschaftskonto haben? Dann macht es so, dann macht diese Dreierkontenlösung. Jeder behält sein Girokonto oder richtet sich eins ein und ihr macht zusammen ein Gemeinschaftskonto, wo ihr dann von euren eigenen Konten auf dieses Gemeinschaftskontobetrag X, den ihr vorher ausgehandelt habt, überweist. Was ihr wissen müsst beim Gemeinschaftskonto ist, dass es ein Oder-Konto sein sollte. Also, dass der eine oder der andere etwas vom Konto weg überweisen kann, zum Beispiel Miete zu bezahlen oder Bargeld sich auch rauszuholen aus dem Bargeldautomaten. Und es gibt nämlich noch das Und-Konto. Da müsst ihr immer beide zustimmen bei allem, was ihr macht. Das ist natürlich Quatsch. Das geht nicht. Also ein Oder-Konto. Aber beim Oder-Konto solltet ihr auch wissen, dass jeder von euch beiden als Paar immer für die gesamte Summe haftet und auch quasi verantwortlich ist und sich das nehmen kann. Also wenn da 10.000 Euro draufliegen, kann jeder der Partner das Geld für sich abheben und wenn ihr ein Dispo drauf habt, kann er oder sie auch voll den Dispo ausschöpfen und im Zweifel haftest du dann dafür, dass dein Partner oder deine Partnerin die Kohle rausgehauen hat, sag ich einfach mal so. Das müsst ihr wissen beim Oder-Konto. Okay. Ist aber auch kein Drama. Ich würde sowieso sagen, richtet keine Dispo ein auf keinen Konten und dann seid ihr zumindest aus diesem Schnader heraus. Okay. Hier war noch eine Frage. Ja, das Haushaltskonto, das ist dann die Frage. Ich würde so ein Haushaltskonto, also wenn ihr beide einzelne Girokonten habt, dann wahrscheinlich als Gemeinschaftskonto anlegen. Dass ihr zusammen ein Gemeinschaftskonto habt und von diesem Gemeinschaftskonto hebt ihr Geld ab, wenn ihr Lebensmittel einkaufen wollt zum Beispiel oder auch die Nebenkosten für die Miete, für die Wohnung bezahlen wollt. Sowas könnte als Haushaltskonto ein Gemeinschaftskonto sein, wo ihr beide Zugriff habt, aber dann würde ich auch immer sagen, bitte ohne Dispo. Dann kommt ihr gar nicht da in Schwierigkeiten. Lassern nach mir, gib mal irgendwie einen Link, ob das das war, was du wissen wolltest. Weil ansonsten Haushaltskonto, wenn es ein kleines, wenn ihr nicht so viele Ausgaben habt, dann kann auch einfach eine Dose mit Geld, wo ihr Bargeld reinlegt, kann auch ein Haushaltskonto sein. Das kommt mal vielleicht auf die Größe drauf an. Okay. Ah ja, okay, danke. Du hast geklatscht. Wunderbar. Bin allein. Okay. Du bist allein. Okay. Dann ein Extrakonto. Nee, das würde ich dann nicht machen. Also empfiehle so ein Haushaltskonto für flexible Ausgaben. Nee, ich würde dann wahrscheinlich eher ein Haushaltsbuch empfehlen, damit du das aufschreiben kannst. Aber wenn du alleine bist, würde ich es vielleicht so machen, dass du es budgetierst, dass du sagst, okay, ich brauche jede Woche, was weiß ich, 50 oder 100 Euro und die Ruhe hebe ich am Monatsanfang ab und dann arbeite ich damit. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Nee, aber wenn du ein Girokonto hast und allein bist, brauchst du kein Extrakonto als Haushaltskonto. Das wäre, glaube ich, zu viel Organisation. Okay. Wenn die Frage noch nicht beantwortet ist, melde dich einfach noch mal per Direktnachricht. So, was wollte ich euch noch mal sagen? Ach so. Wie seid ihr denn? Bei welcher Bank seid ihr denn? Geht ihr noch in die Filialen oder macht ihr Online-Banking? Gebt doch einfach mal so einen Daumen hoch oder unter. Macht ihr Online-Banking Daumen hoch? Denn ich würde euch wirklich immer empfehlen, Online-Banking zu machen, weil es einfach schneller geht. Ich mache Online-Banking seit der ersten Stunde. Die Deutsche Bank hat ja damals... Ja, super. Aber, ja, ich war Kutin der ersten Deutschen... Also, die Deutsche Bank... Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß es denn? Also, die Deutsche Bank, DB24... Nee, DB24? Ja, frohes Fest. Alles online. Wunderbar, wunderbar. Ihr seid gut. Ja, online ist klasse. Macht weiter online. Es ist auch sicher... Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr nicht auf so Phishing-Angebote reinfällt. Aber wenn man Online-Banking länger macht... Hallo, Heike. Dann wisst ihr auch, was von eurer Bank kommt und was nicht von eurer Bank kommt. Deshalb, Online-Banking ist sicher, wenn ihr euch an bestimmte Regeln haltet. Und ich mache das jetzt wirklich. Seit es Online-Banking gibt, mache ich das. Und ich habe noch nie, wirklich nie, irgendeinen Mist gehabt. Also, mein Geld war immer auf dem Konto. Ich hatte nie Probleme. Und wenn mal irgendwas war, was Kleines, dann gab es sofort Rückmeldungen von der Bank und wir haben das geklärt. Deswegen, genau, Deutsche Bank24. Danke. Genau, Deutsche Bank24. Die Deutsche Bank war schon mal wirklich ganz vorne dran. Vor... Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. 20 Jahre? Bestimmt schon so lange her. Und kein Vergleich mehr zu dem, wie sie sich heute präsentiert. Okay. Also, ihr macht schon alle Online-Banking. Dann gebe ich euch einen großen Daumen zurück. Macht weiter. Denn im Online-Banking, wenn ihr alles digital macht... Also, ihr wisst ja, ich bin ein großer Bargeld-Fan. Aber meine Bargeldgeschäfte mache ich alle nur noch online, weil es schneller geht, weil es effizient ist, weil ich schnell tatsächlich investieren kann vom Depot. Ich kann schnell Gelder überweisen. Und das ist alles sicher. Jahr 2000. Ah, danke, Bernd. Ja, war ich gar nicht so schlecht. Okay. Dann danke ich euch allen, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch... Meine Tasse Tee ist noch da. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Macht's euch heute Abend hübsch. Entspannt euch am Wochenende. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Am Wochenende ist jetzt Pause. Und lasst euch überraschen, mit welchem Thema am Montag. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß heute Abend. Und schön, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.